Die Technik für die Erstellung eines Lehrvideos umfasst eine Bandbreite von Möglichkeiten. Von der Nutzung eines Kleingerätes bis hin zur kompletten Studioausrüstung. Am einfachsten geht es, wie in diesem Beispiel gezeigt, mit einem Smartphone. Will man aus einer Präsentation ein Lehrvideo erstellen, reicht bereits ein einfacher Laptop aus. Um in der Präsentation etwas markieren zu können, sollte der Laptop beschreibbar sein. Tja, und für die Tonaufnahme sollte ein externes Mikrofon verwendet werden, da man sonst eventuelle Tastaturgeräusche mit aufzeichnet. Will man zusätzlich im Video zu sehen sein, empfiehlt sich der Einsatz einer separaten Kamera. Dabei gibt es mit der Greenscreen-Technik eine besondere Möglichkeit. Man setzt oder stellt sich während der Kameraaufnahme vor einen Greenscreen. Den gibt es als einfaches Tuch oder auch als mobiles Gerät für wenig Geld. Später kann man die grüne Farbe entfernen und einen anderen Hintergrund nutzen. Die Aufnahme der Präsentation erfolgt entweder über die Präsentationssoftware selbst oder man nimmt ein sogenanntes Screencast-Programm, wie zum Beispiel Snagit von TechSmith. Sollen Lehrvideos noch mit zusätzlichen Effekten angereichert werden, empfiehlt sich der Einsatz einer Software wie Camtasia, mit der alle gewünschten Funktionen realisiert werden können. Hier nochmal die verschiedenen Optionen. Nutzung eines Smartphones. Nutzung eines Laptops plus Mikrofon, dazu Snagit. Nutzung eines Laptops plus Mikrofon und Kamera, dazu Snagit. Und die Nutzung der Greenscreen-Technik. Im nächsten Video werde ich Ihnen zeigen, wie das Video mit dieser Technik aufgenommen werden kann und welche Tricks man nutzen kann, um sich die Aufnahme so einfach wie möglich zu machen, gleichzeitig aber auch einen gewissen Anspruch befriedigen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017